So, heute für euch das Tomahawk-Set von WECO mit älteren WECO-Böllern. Zwar schon das neue WECO-Warnzeichen drauf, aber die Böller müssen aus 2005, 2006 sein. Viel Spaß damit. Medi-Cracker, B-Böller, A-Böller haben wir hier. Super-Böller 1, Pyrrho-Cracker und Schnabber-Lady. Lady-Cracker von WECO. Nice. Pyrrho-Cracker. Boah, ganz laut. Ja, ganz ordentlich. A-Böller von WECO. Ja, ungefähr wie der Pyro-Cracker. B-Böller von WECO. Boah, auch ganz ordentlich. D-Böller. Boah, ho, 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 heftig. So, China-Böller, beziehungsweise Super-Böller 1 von WECO. Boah, auch ziemlich heftig. asked, ja, besser. NePSA. Yo. Das war's für heute.